Die musikalische Erbauung für den 16. Mai 2021. Namenstag heute für Johann Nepomuk Adolf. Und nebenher, der 16. Mai ist Tag des friedlichen Zusammenlebens. Giuseppe Verdi war Pensiero, der Gefangenenchor. Osnabuco, K&K Philharmoniker und K&K Orchester. Kentlinger, die einen sagen so, die anderen wollen immer und überall Karajan. Tempi Passati, zum Glück. Ganz, ganz wunderbar. Giuseppe Verdi war Pensiero. Ist gut. Wirklich gut. Kannste glauben. Los, geh rein. Hörst dir an. Und der Tag ist dein.